Hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Sternwartehof. Heute geht es wieder um den aktuellen Sternenhimmel im Juni 2021. Wie immer verwenden wir zum Darstellen die freie Software Stellarium, die sich auch jeder selber kostenlos herunterladen kann, um auch zu Hause die Beobachtungen nachzuvollziehen bzw. auch eigene Beobachtungen zu planen. Ja, in diesem Monat gibt es mal wieder ein ganz besonderes Highlight und zwar die partielle, also teilweise, Verfinsterung der Sonne am 10.06. um die Mittagszeit. Deswegen starten wir heute tatsächlich auch mal Stadtbildschirm sozusagen tagsüber und nicht wie sonst gewohnt in der Abenddämmerung. Wir sind hier jetzt schon am 10.06. 12.42 Uhr und wenn ihr genau hinschaut, sieht man da oben schon so einen schwarzen Punkt, der in der Nähe der Sonne ist. Da zoomen wir mal etwas heran, dass wir das auch etwas genauer erkennen können. So, wir zentrieren mal auf die Sonne mit der Leertaste. Und man erkennt hier schon recht gut, dass wir hier ja die helle Sonnenoberfläche haben. Hier sind noch ein paar Sonnenflecken dargestellt und hier sozusagen oberhalb der Sonne befindet sich der Mond, der sich eben bei uns ja zu einem kleinen Teil vor die Sonnenscheibe schieben wird. Also das ist bereits das Maximum, das erreicht wird. Um 12.33 Uhr ist genau genommen das Maximum der Verfinsterung von Hof aus gesehen. Das verändert sich ein bisschen, je nachdem, wo in Deutschland ihr euch befindet. Je weiter nördlicher ihr seid, desto mehr wird von der Sonne verfinstert, je weiter südlicher, desto weniger. Denn das Maximum der Finsternis ist in der Arktis bzw. im nördlichen Grönland, also etwas unwirtlicher Gegend, auch schwierig zu erreichen. Und dort wird auch die Sonne nicht total verfinstert, sondern es findet eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis statt. Das heißt, der Mond verfinstert die Sonne nur, ja, teilweise, weil er eben zu weit weg ist von uns aus gesehen und dadurch eben nicht groß genug erscheint, um die ganze Sonnenscheibe abzudecken. Das heißt, es bleibt ein heller, sozusagen gleißend heller Sonnenrand außen um dem Mond herum stehen und man kann eben auch keine Corona oder ähnlichen Effekte sehen. Ja, bei uns ist es noch weitaus weniger spektakulär. Das heißt, wir können das hier nur, ja, mit entsprechenden Schutzfiltern sehen. Also am Tag wird man jetzt so normal kein Abnehmen der Helligkeit oder ähnliches beobachten. Dazu muss bedeutend mehr von der Sonne verfinstert werden. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr seltenes Ereignis. 2015 war die letzte partielle Sonnenfinsternis von uns aus sichtbar. Deswegen, wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und mal einen Blick zur Sonne werfen. Da komme ich dann gleich zu den üblichen und wichtigen Warnhinweisen. Also schaut niemals direkt in das Sonnenlicht. Weder jetzt mit dem bloßen Auge sich absichtlich zwingen, länger auf die Sonne zu schauen oder in die Sonne zu schauen oder auch nicht, auf keinen Fall mit irgendwelchen optischen Hilfsmitteln. Also keine Ferngläserteleskope ohne irgendwelche Schutzfilter verwenden. Und wenn ihr Schutzfilter verwendet bei der Sonnenbeobachtung, bitte darauf achten, dass das wirklich brauchbare Sachen sind und keine, ja, selber gebastelten, ja, irgendwelche geschwärzten Glasplatten oder solche Sachen. Es gibt relativ günstig sogenannte Sonnenfilterfolie zu kaufen. Das ist diese Folie, die ihr vielleicht aus diesen Sonnenfinsternisbrillen kennt. Die gibt es als DIN A4-Bogen, ich habe jetzt den Preis nicht genau im Kopf, so um die 25 Euro müsste da einer kosten, zu erwerben. Ansonsten eben die bekannte Sonnenfinsternisbrille aufsetzen und dann einfach mal einen Blick auf die Sonne werfen. Aus so einem DIN A4-Bogen Sonnenfinsternisfolie kann man sich dann zum Beispiel auch für Fernglassichere Sonnenfilter bauen und dann damit auch die Sonnenfinsternis mit dem Fernglas beobachten. Wenn es interessiert, wir werden von der Sternwarte auch einen Livestream anbieten. Ein Kollege von mir wird aus seinem Garten heraus die Sonnenfinsternis übertragen und dann könnt ihr auch hier bei uns das Ereignis durch ein Teleskop sozusagen am Bildschirm miterleben. Ja, soviel zur Sonnenfinsternis, die eben das Highlight ist. Ich sage euch schnell nochmal um 11.35 Uhr ungefähr, beginnt also die Finsternis. Ihr seht schon, hier schiebt sich dann der Mond jetzt ganz langsam über die Sonnenscheibe hinweg und wir lassen das jetzt einfach mal hier so schrittweise ein bisschen durchlaufen, den Verlauf der ganzen Finsternis. Gegen 12.30 Uhr wird dann eben die maximale Verfinsterung erreicht und dann um 13.30 Uhr ist das ganze Schauspiel dann auch schon wieder vorbei und der Mond gibt die Sonnenscheibe wieder komplett frei. Also unbedingt am 10.6. dran denken, Sonnenfinsternis beobachten. Ein recht seltenes Schauspiel. Ja, jetzt gehen wir aber wieder an den Abendhimmel, so wie wir es eigentlich gewohnt sind von unserer Monatsvorschau. Und ja, jetzt im Juni ist sozusagen astronomisch gesehen der schlechteste Monat, weil es die kürzesten Nächte gibt, dann auch im Juli noch. Am 21.6. ist ja die kürzeste Nacht und der längste Tag. Ab dahin werden die Nächte wieder länger. Vorteilhaft ist natürlich, jetzt wird es auch hoffentlich mal wieder ein bisschen wärmer. Der Mai war ja jetzt nicht so wettertechnisch prickelnd, aber sind wir mal guter Hoffnung, was den Juni angeht. In unseren Breiten wird es jetzt tatsächlich nicht mehr hundertprozentig komplett dunkel die ganze Nacht über, aber trotzdem sind so zwei bis drei Stunden Beobachtungszeit immer noch drin. Allerdings halt so etwas ungünstigsten Zeiten, so zwischen, ja, halb zwölf und zwei Uhr früh kann man jetzt zu Nacht noch beobachten oder fotografieren, je nachdem, was man denn macht. Ja, wenn wir uns jetzt in der Abenddämmerung Richtung Westen wenden, dann sehen wir hier einen schönen Baum, der die Venus verdeckt. Die Venus ist in diesem Monat Abendstern, wird aber kaum höher steigen, nur minimal ihre Position verändern. Ihr seht das jetzt hier, ganz langsam und ganz leicht nimmt die Höhe der Venus zu, aber man kann sie trotzdem in der hellen Dämmerung relativ leicht mit bloßem Auge als hellen, in Anführungszeichen, Stern erkennen. Also immer mal am Abendhimmel, wer möchte, einen Blick zur Venus werfen. Hier ist es ein bisschen ungünstig mit dem Horizont, dass da der Baum davor steht, aber das seht ihr schon, ihr braucht eine freie Horizontsicht, dass man hier auch gut beobachten kann. Ja, ich erwähne ja am Anfang immer noch die Mondphasen. Für diejenigen, die gerne den Mond beobachten wollen, am 2.6., also ziemlich am Monatsanfang, ist das letzte Viertel erreicht, das heißt Halbmond abnehmender. Da ist der Mond am Morgenhimmel sichtbar sozusagen. Da springen wir gleich noch mal zu einer schönen Konstellation. Am 10.6. ist Neumond überraschenderweise. Neumond ist immer dann, also oder Sonnenfinsternisse können nur zum Neumond stattfinden. Und am 18.6. ist dann das erste Viertel erreicht, das heißt da kann der Mond optimal am Abendhimmel beobachtet werden und am 24.6. ist dann auch wieder Vollmond. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein paar schönen Konstellationen. Ich habe schon erwähnt, am Morgenhimmel gibt es ein bisschen was vom Mond und zwar am 1. und am 2.6. schon. Eigentlich auch schon am 31. Mai, deswegen springen wir da mal gleich hin. Und zwar jetzt in den Morgenstunden, so gegen 3.30 Uhr, 4.30 Uhr seht ihr Richtung Südosten, den Saturn und den Jupiter, die jetzt langsam auch wieder besser beobachtbar werden, aber immer noch Objekte der zweiten Nachthälfte sind. Das wird in den nächsten zwei, drei Monaten deutlich besser werden. Und das seht ihr, am 31. Mai steht die abnehmende Mondsichel, ich zoome nochmal ein bisschen rein, sozusagen unterhalb von Saturn und in den nächsten beiden Tagen, also am 1.6. bildet das so ein schönes Dreieck und am 2.6. steht der Mond dann noch in der Nähe vom Jupiter, also an die Frühaufsteher. Das ist auch ein schöner Anblick, ja nur mit dem bloßen Auge oder kann man auch mal einen Feldstecher mit niedriger Vergrößerung wählen. Einen ähnlichen Anblick gibt es auch am 28. Und zwar seht ihr da auch wieder die Mondsichel und Saturn und Jupiter, die so ein schönes Dreieck bilden. Dann steht das Ganze schon wieder deutlich ein Stückchen höher. Also da, das ist für die Frühaufsteher eine gute Sache. Da wir jetzt schon bei den Frühaufstehern sind, gehen wir das diesmal nicht chronologisch durch, sondern wir springen mal zum 24. des Monats, und zwar gegen 1.30 Uhr wird dort der Mond einen recht hellen Stern im Sternbild Schlangenträger verdecken. Da der Mond da ja voll ist, also Vollmond ist, ist er auch sehr leicht zu finden. Ihr seht hier den Vollmond und hier den recht hellen Stern mit ungefähr dritter Größenklasse Theta Ophiuchi und der wird jetzt langsam vom Mond verdeckt. Können wir das uns mal anschauen. Hier der Mond kommt immer näher. Gegen 1.30 Uhr wird dann der Stern hier verschwinden und eine Stunde später taucht er auf der anderen Seite vom Mond wieder auf. Das ist auch eine schöne Sache, die kann man gut mit einem Fernglas beobachten. So Sternbedeckung mit relativ hellen Sternen ist immer ganz cool anzuschauen. Also empfehle ich euch auf jeden Fall, wer in der Nacht Zeit hat dafür und wenn das Wetter passt, einfach mal einen Blick mit dem Feldstecher Richtung Vollmond werfen und auf den hellen Sterntäter Ophiuchi achten. Ja, und dann kommen wir noch zu einem, ja, zu einer schönen Begegnung diesmal am Abendhimmel und zwar am 13.06. finden wir abends den, ja, immer schwächer werdenden Planeten Mars in der Dämmerung bei der zunehmenden schmalen Mondsichel stehen. Das ist auch ein wirklich schöner Anblick, ungefähr zwei Grad voneinander entfernt und empfehle ich euch auch dort mal einen Blick mit dem Fernglas hinzuwerfen. Mit bloßem Auge wird es wahrscheinlich schwierig werden in der hellen Dämmerung, aber kann man auch mal probieren, ob man was erkennen kann. Ja, für weitere Beobachtungen ist jetzt der Mars mittlerweile schon zu weit von uns wieder entfernt, aber wer dann noch Lust hat, kann sich dann auch noch die schöne Mondsichel etwas genauer im Detail anschauen. Das sieht man jetzt hier schön, das Marecrisium, also das Meer der Gefahr, hier am Terminator, also an der hell-dunkel Grenze und dann dort besonders plastisch durch den, ja, durch den starken Schattenwurf, der dann dort stattfindet. Ja, und jetzt möchte ich ganz kurz noch, ja, drei Objekttipps euch geben, wenn ihr tatsächlich in der Nacht beobachten wollt. Also wie gesagt, so ab, ja, 0 Uhr, 23.30 Uhr wird es einigermaßen dunkel, aber halt nicht mehr ganz hundertprozentig, deswegen also so ungefähr zwei bis drei Stunden sind machbar. Und dann, wenn man jetzt sich den Nachthimmel anschaut, erkennen wir, dass, ja, die typischen Frühlingssternbilder jetzt die Bühne des Himmels langsam verlassen. Der Löwe geht hier im Westen langsam unter, das Sternbild Jungfrau ist eigentlich noch gut zu sehen, aber hier Rabe und Becher sind schon fast verschwunden und auch das Haar der Berenike geht langsam unter. Der große Wagen ist ja zirkumpolar, also immer zu sehen. Also alle Objekte, die ich euch da schon mal gezeigt habe, könnt ihr natürlich jetzt auch noch beobachten. Auch die ganzen Kugelsternhaufen, die ich im Video vom letzten Monat vorgestellt habe, sind jetzt auch noch sehr gut zu beobachten. Der M13 hier im Hergules zum Beispiel hier oben ist immer noch eine schöne Sache. M3 und M5 sind beide auch noch gut zu sehen. Und weil wir jetzt gerade schon bei Kugelsternhaufen sind, gehen wir mal ganz nach Süden und zwar das Sternbild Skorpion ist jetzt im Juni am besten zu sehen. Das sehen wir nur sozusagen zur Hälfte von unseren Breiten aus, dann müsste man weiter südlich, wenn man den Skorpion ganz sehen möchte. Das Sternbild bildet neben dem hellen Stern Antares den sehr leicht dann dadurch auffindbaren Kugelsternhaufen M4, den wir hier sehen. Und in dieser Region sieht man auch schön mit diesem Bild, das hier hinterlegt. Es gibt sehr schöne farbenprächtige Nebel und ja, die Region wird eigentlich von den Fotografen immer ganz gern aufgesucht, auch wenn das bei uns sehr niedrig am Horizont steht. Also das ist eine der schönsten fotografischen Regionen am Nachthimmel. Jetzt visuell erkennt man leider von diesen Nebeln eigentlich gar nichts, dafür sind die zu lichtschwach. Aber wer fotografieren möchte, der kann das gerne tun hier an der Stelle. Man braucht hier auch kein riesiges Teleskop dafür, am besten eignen sich hier Objektive in einem Brennweitenbereich zwischen ja sagen wir mal 75 und 200 mm Brennweite, je nachdem natürlich was man für einen Sensor verwendet. Und ja, dann kann man hier mal versuchen, diese wunderschöne Nebel um den Antares herum abzubilden. Es eignen sich auch Teleskope mit kürzeren Brennweiten, so um die 400 mm, dann kann man auch noch die Region gut ablichten. Ja, ich zeige euch da mal ein Bild, das ich von der Region gemacht habe, das blende ich jetzt mal ein. Und da sieht man halt, dass das hier, das ist mit einem 4 Zoll Teleskop aufgenommen, mit ungefähr 400 mm Brennweite und da sieht man schon, also das gesamte Nebelkomplex passt hier gar nicht mehr rauf. Und ja, deswegen auf jeden Fall auch mal probieren, wenn ihr fotografisch unterwegs seid, was ihr da mit euren Objektiven erreichen könnt. Vorteilhaft ist natürlich, wenn man eine Nachführung hat, das heißt, dass man die Sterne auch punktförmig abbilden kann und nicht nur ein paar Sekunden Belichtungszeit hat. Aber auch ansonsten ist das Sternbild Skorpion immer eine schöne Sache zu beobachten. Ja, ist ein beeindruckendes Sternbild. Hier lupt schon der Schütze hervor, der ist dann Thema entweder im Juli oder im August, da ist der optimal zu beobachten. Aber man erkennt schon hier, die Sommermilchstraße kommt jetzt langsam wieder hervor mit den ganzen tollen Sternhaufen und Gasnebeln. Dazu mehr im nächsten und übernächsten Monat. Wir gehen jetzt die Sommermilchstraße etwas entlang zu den beiden eher unscheinbaren Sternbildern, Pfeil und Füchschen. Der Pfeil ist noch relativ gut zu sehen. Man findet das ja relativ einfach, wenn man sich das Sternbild Schwan hier mal aufsucht und das Sternbild Adler mit den beiden hellen Sternen, Deneb und Atair. Hier und dort dazwischen befinden sich eben Pfeil und Füchslein. Den Pfeil findet man relativ gut und genau in der Mitte finden wir unser erstes Objekt, das ich euch zeigen will. Und zwar ist das der Kugelsternhaufen M71. Da haben wir hier auch ein schönes Bild hinterlegt. Das ist ein Objekt für das Fernglas. Als kleinen verwaschenen Fleck kann man den erkennen und ihr seht, das ist genau in der Mitte vom Sternbild Pfeil also gut sichtbar. Der Kugelsternhaufen ist relativ jung, der ist nur neun bis zehn Milliarden Jahre alt. Das ist für einen Kugelsternhaufen relativ wenig. Normalerweise sind die um die zwölf bis dreizehn Milliarden Jahre alt und hat auch relativ wenig Sterne und ist sehr, sehr locker. Deswegen ist der auch häufig für einen offenen Sternhaufen gehalten worden. Ist ungefähr 13.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und ja, nicht weit weg von dem Kugelsternhaufen finden wir einen planetarischen Nebel und zwar den M27. M steht wieder für den Katalog von Charles Messier. Hier sehen wir auch ein schönes Bild von M27 hinterlegt. Der sogenannte Handelnebel, weil man jetzt hier so ein bisschen zur Handelform erahnen kann. Ja, planetarischer Nebel, der klassische Überrest eines ja sterbenden Sterns, der seine äußeren Hüllen abgestoßen hat und die dann jetzt hinaus expandieren in den Weltall und diesen Nebel eben erzeugen. Diese planetarischen Nebel sind sehr kurzlebig. Im Vergleich zu den, ja, neun bis zehn Milliarden Jahren, wo wir gerade bei dem Kugelsternhaufen gesehen haben, ist das Objekt ungefähr 10.000 Jahre alt und wird nach weiteren 10.000, 20.000 Jahren dann langsam verschwinden und nicht mehr sichtbar sein. Aber jetzt eines der schönsten planetarischen Nebel und auch schon im Fernglas als kleiner verwaschener Fleck sichtbar. Ja, und eines der Highlights am Sommerhimmel, also meiner Meinung nach vor allen Dingen für den Fernglasbeobachter, finden wir hier direkt in der Nachbarschaft. Das ist Kolinda 399 oder der sogenannte Kleiderbügelsternhaufen. Ihr seht schon, hier sieht aus wie ein Kleiderbügel, der auf dem Kopf steht. Hier ist sozusagen der Haken und ja, hier die Sterne vervollständigen dann den Kleiderbügel sozusagen. Da blende ich euch auch mal ein Bild ein, das ich gemacht habe. Da sieht man sehr schön, ja, die, ja, golden leuchtenden Sterne der Milchstraße und dann eben der Kleiderbügelhaufen, der hier hervorsticht. Das ist kein physikalischer Sternhaufen, sondern die Sterne stehen nur zufällig so in dieser Konstellation da. Also die sind nicht miteinander sozusagen gravitativ gebunden. Aber eins der wirklich schönsten Objekte, die man sich im Fernglas anschauen kann. Also da auf jeden Fall mal versuchen, den aufzufinden, den Kleiderbügelsternhaufen. Deswegen auch immer der Hinweis am Anfang, dass man sich das Stellarium kostenlos herunterladen kann. Dann kann man sich das auch einfach mal anschauen, wo das genau ist und dann hoffentlich auch, ja, selber den Kleiderbügelsternhaufen mal am Nachthimmel beobachten. Ja, und damit bin ich am Ende für diesen Monat sozusagen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und viel Freude bei euren eigenen Beobachtungen. Wir wünschen uns auf jeden Fall ein gutes Wetter diesen Monat, nicht so wie im Mai und hoffen vor allen Dingen am 10. zur Sonnenfinsternis auf klare Sicht. Ich weise nochmal drauf hin, also da wird es einen Livestream von uns geben. Solltet ihr das Wetter mitspielen, dann könnt ihr da auch das Bild der Sonne durch das Teleskopnet verfolgen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß bei euren Beobachtungen.